Das ist das Dorf, in dem ich geboren bin und aufgewachsen und das war mein Horizont. Und damit oute ich mich gewissermaßen, ich komme also von dieser Seite der Grenze, da in diesem Dorf, das war die DDR oder von der anderen Seite, das ist das Sperrgebiet, bis dahin konnten wir sozusagen gehen und hinter diesem Hügel, den ich nie sehen konnte, das war die Bundesrepublik Deutschland. Und ich bin natürlich, wir haben immer Westfansien geguckt, logisch. Ich bin natürlich sozusagen in dieser Erzählung aufgewachsen, dass das zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten sind. Also das Volkseigentum auf der einen Seite, das Privateigentum auf der anderen Seite, die Macht des Staates auf der einen und die Macht des Marktes auf der anderen und die Unfreiheit, die Macht des Marktes auf der einen und die vermeintliche Freiheit auf der anderen und so weiter. Und man fängt an sozusagen diese Erzählungen zu glauben. Und das ist ja auch eine Erzählung, die sich bis heute immer wieder durch die Geschichtsschreibung, durch eine Art der Weltbetrachtung zieht. Wir fangen also an, sozusagen Kategorien über die Welt zu legen, die es uns verunmöglichen, das zu sehen, was durch diese Kategorien nicht erfasst ist. Also genauer hinzuschauen. Wolfgang Sachs, ein sehr bekannter Nachhaltigkeitswissenschaftler, hat mal gesagt, die eigentliche Tragödie der Commons ist, dass wir dafür gar keine Sprache mehr haben. Und das ist tatsächlich auch eine Aussage, die ich bestätigen kann und die uns auch, als wir in das letzte Buch geschrieben haben, sehr beschäftigt. Wenn man dann aber genauer hinschaut und vor allem auch genauer hinhört, dann stellt man fest, dass sich diese vermeintlichen Entweder-Oder-Kategorien nicht halten lassen. Also nicht nur, dass es noch mehr als Entweder-Oder gibt, sondern auch, dass die Entweder-Oder-Kategorien selbst analytisch falsch sind. Ein schönes Beispiel finde ich immer wieder, diese Rede von der marktkonformen Demokratie, wie sie ja auch von den höchsten Repräsentanten unseres Staates gepflegt wird. Also da kann es mit der Trennung von Markt und Staat vielleicht nicht so weit her sein, deswegen sprechen wir unter anderem in dem Buch von Marktstaat. Und es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten sozusagen auf beiden Seiten der Grenze, nämlich diesen Istmus, dieser Glaube an etwas, dieser Glaube an ein Modell. Probleme mit der Macht und natürlich Konflikte rund ums Eigentum. Und vor allem aber etwas, und das hat nämlich gar nichts mit den politischen Systemen zu tun, sondern es kennzeichnet uns als Kinder der Moderne, würde ich mal sagen, des modernen wissenschaftlichen Denkens, dass es gewohnt ist, in Definitionen, in Kategorien zu denken, die die Dinge sauber voneinander trennen. Man will also auch in den Sozialwissenschaften sozusagen möglichst naturwissenschaftlich sein. Und die Frage, die ich mal als erstes gestellt bekomme, ist, was sind Commons? Definieren Sie das mal. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich einfach sagen konnte, ich glaube, das ist die falsche Frage. Also, entweder oder denken oder bestimmte Art sozusagen die Welt zu kategorisieren, auch das ist dies und jenseits der Grenze gleich. Und das betrifft auch politische Kategorien, so etwas wie den Staat. Wir stellen uns dann den Staat vor, als Leviathan sozusagen, als sei das eine Entität, die denkt. Wir stellen uns den Markt vor, wie so ein Mechanismus, der immer weiter rattert. Und Sie kennen das vielleicht auch, manchmal wird dann in den Nachrichten gesagt, naja, der Markt, der wird dann so personalisiert, der kriegt dann sogar Gefühle. Der wird dann nervös und der reagiert unruhig und so. Und hinter dieser Art, über den Markt und den Staat zu reden, stellt sozusagen eine bestimmte Weltsicht und von der sind eben auch die Commons, nicht unverschont. Also die Frage, was sind kommen, erwartet immer eine Definition. Und in dieser Frage liegt so ein bisschen diese Idee, ach, die Frau Helfrich wird jetzt sagen, Wälder und das Wasser und die Fischgründe und die Teiche und die Moore und die Software und so weiter. Also irgendetwas Statisches, irgendetwas außerhalb von uns, irgendetwas getrennt von uns. Und dieses in Kategorien der Trennung zu sprechen und zu denken, ist auch etwas, was diesseits und jenseits der Grenze eigentlich gleich war. Wir sind es gewohnt, so zu denken. Und wir sind es gewohnt, so zu denken, weil wir es nicht mehr gewohnt sind, auf unsere Denkgrundlagen zu schauen. Also, ich demonstriere das eigentlich immer ganz gerne, zu sagen, was passiert eigentlich, wenn wir auf die Grundlagen schauen, auf denen wir stehen. Dann gucken wir da runter und da sehen wir nichts, weil wir stehen ja drauf. Das heißt, die Aufforderung, sich aus diesen Denkkategorien zu lösen, wäre zunächst mal zur Seite zu drehen und sehr genau hinzuschauen. Das allein erklärt, warum wir uns ziemlich schwer getan haben, sozusagen, uns zu verabschieden von alten Denkkategorien und mal versuchen, die kommen so zu beschreiben, dass es wirklich nötig geworden wäre, auch eine neue Sprache zu fassen. Und das bedeutet nichts anderes, als uns zu verabschieden von einer bestimmten Weltsicht. Weltsichten, sichten auf unser Seinsweise, ein bestimmtes Verständnis von unserem Sein, das nennen ja, gibt es hier Philosophinnen und Philosophen unter uns? Das nennen jeweils die Philosophen Ontologie. Die Ontologie ist die Lehre vom Sein. Und nun gibt es nicht die Ontologie, sondern es gibt ganz viele verschiedene. Es kann statisch oder dynamisch sein, prozessorientiert oder nicht. Auf Verbindungen, Beziehungen fokussieren oder auf die Trennung. Und Ontologie, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Metapher, sind Fenster, durch die wir die Welt betrachten. Also, wenn man sich das vergegenwärtigt, wenn wir aus diesem Fenster raussehen, sehen wir einen Ausschnitt der Welt und schauen, ob durch ein anderes Fenster sehen wir einen anderen Ausschnitt der Welt. Und im Grunde, nach 15 Jahren Beschäftigung mit diesem Thema und der Frage ist, warum verstehen die Leute nicht, was wir meinen? Also, die Leute, die Politiker, die Journalistinnen und so weiter. Sind wir darauf gekommen, dass das was damit zu tun hat, dass wir über unser Grundverständnis, über unser Seinsverständnis, über unsere Weltsichten reden müssen. Und das bedeutet, über das, was wir als Menschen sind. Also, was verstehen wir eigentlich unser Menschsein und wie es unser Menschen sind. Oder anders gesagt, dass wir durch ein anderes Fenster gucken müssen. Denn wenn wir durch ein anderes Fenster gucken müssen, sozusagen entsteht dann der Keim dafür, dass wir ganz andere Dinge sehen. Wir nennen da Ontowandel. Alles, was dann auf der Mikroebene, auf der Mesoebene oder auf der Makroebene passiert, wird dann durch dieses andere Fenster betrachtet. Und das erklärt, warum wir dann immer sagen, ich mache so eine Sommerschule, einmal im Jahr eine Sommerschule, sieben Tage. Es gibt auch zwei Leute hier im Raum, die da schon mal dabei gewesen sind. Und das erklärt dann, warum man sich auf so einer Sommerschule, wenn man sich sieben Tage mit diesem Thema befasst, dann setzt man sich die Kommensbrille auf und dann wird man die nicht wieder los. Weil sich eine Welt nicht verschoben hat. Weil etwas berührt worden ist in mir. Und das lässt sich nicht wieder rückgängig machen. Und so sein. Damit habe ich im Grunde den gesamten ersten Teil, die ersten 150 Seiten schon abgehandelt. Also die Idee ist zu sagen, wir können nur sinnvoll über Kommens diskutieren, wenn wir nochmal gucken, ob wir wirklich, wirklich im Blick haben, dass wir Beziehungswesen sind. Und das ist immer, wenn es darum geht, Leben zu mehr produzieren, darum gehen muss, Beziehung zu vertiefen, Beziehungsplätze zu knützen und nichts zu trennen, voneinander zu kappen, nichts als statisch zu erfassen, sondern immer als Prozess. In sein, beworben sein. Beispiel sind jetzt Ökonomin und Ökonomen unter uns. Leute, die VWL und BWL schon mal gehört haben, genau, die kennen den hier, das ist jetzt mein der arme Leonardo da Vinci, das ist ja alles sehr heiß. Hier für mein Symbolbild für den Homo Ökonomicus. Also da kennen wir dieses Menschenbild, mit dem selbst, wenn wir es nicht kennen, wenn es uns nicht bewusst ist, sind wir sehr damit vertraut, weil dieses Menschenbild durchzieht die Art, wie wir über Politik, Wirtschaft, Lenkung, Steuerung und soziale und gesellschaftliche Prozesse sprechen. Es ist diese Grundidee, der Mensch ist ein individueller, einzelner getrennter vom anderen, Nutzenmaximierer. Das heißt einer, der daran interessiert ist, seinen Nutzen auf Kosten anderer zu machen. Das ist eine Grundidee von Menschen, in der wir schon getrennt sind vom anderen. Da ist die Nabelschnur schon gekappt. Und wir sagen, auch immer noch erster Teil, die ersten drei Kapitel, was ist eigentlich das, was uns ausmacht? Ist es nicht so, dass es eben eine Nabelschnur gibt, dass wir aus den Beziehungen heraus und durch die Beziehungen hindurch werden, immer wieder, dass ich nicht, dass diese Robinson-Idee, selbst er konnte nicht ohne Freitag, ja, also dass ich durch den anderen, durch die anderen und immer wieder werde, dass in dieser Reibung aus der Beziehung heraus meine Identität entsteht. Und deswegen machen wir den Vorschlag zu sagen, wir sind Ichs in Bezogenheit. Ich gehe dabei nicht verloren. Man löst sich darin nicht auf im Kollektiv. Aber man verzichtet es auch nicht darauf anzuerkennen, dass wir nicht als isolierte Einzelwesen in diese Welt kommen. Und warum versuchen wir dafür einen neuen Begriff zu finden? Das sage ich jetzt als eine Atheistin, weil am Anfang ist das Wort. Das wissen wir schon aus der Bibel. Und wissen wir spätestens, seit wir sozusagen mit Twitter-Nachrichten und ein paar Schlagwörtern, was damit Weltpolitik gemacht hat, wie stark, wie mächtig das Wort ist. Ja, wie viel Kraft darin liegt, tatsächlich dadurch, dass wir Welt beschreiben, Welt zu machen. Das ist was dran ist an diesem Satz. Am Anfang ist das Wort und jedes Wort verändert die Welt. Also schlagen wir zunächst mal vor, lasst uns eine andere Welt, eine andere Gesellschaft aus der Perspektive des Menschen in Verbundenheit sein. Aus der Perspektive, dass wir immer schon Menschen in Beziehung sind. Und wenn man das so denkt, dann ist auch klar, dass wir mit dieser Sprache der Dokumentationsbürokratie und des Marktliberalismus und so weiter nicht wirklich weiterkommen. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich Ihnen sage, wie machen wir das mit der Arbeit in den Commons. Was hören Leute da, wenn ich sage Arbeit? Lohnarbeit, Jobs, Arbeitsstelle, Arbeitsplatz, Arbeitnehmer. Arbeitnehmer ist auch interessant. Oder ein schönes Beispiel, das mir mal passiert, ist in Secosisola, Venezuela. Ich wurde vorhin gefragt, wir beschreiben da etwa 70 Beispiele, aber etwa 12 bis 15 davon intensiver. Und dann hat mich jemand gefragt, kennen Sie die eigentlich alle, waren Sie da mal dort? Ja, ja, glaub ich ist auf eins, kenne ich die alle persönlich. Und das eine in Venezuela liegt mir besonders am Herzen, weil wer die Nachrichten verfolgt hat, weiß, dass dort Marken und Staat gewisse Marken sich sowieso in Auflösung finden. Und die Leute selber sehen müssen, wie sie klarkommen. Und das tun sie. Es gibt ein ganz grandioses Projekt, das heißt Secosisola. Wir sehen nachher noch ein Bild von denen. Und die machen ständig Versammlungen, Reunion. Hacemos una Reunion. Und ich komme also nach Haus und berichte ganz begeistert von den Versammlungen. Was denken dann alle? Langweilig, denken dann alle. Furchtbar. Nichts effizient genug. Dann denken alle, Protokoll, Schreiben, Tagesordnung, Anfang, Ende, Sitzungsleitung, Abstimmung. Nichts davon. Kommt bei so einer Reunion in Secosisola. Also kommen wir auch da für andere Worte. Ach, da ist es schon. Da sitzen Sie schon und machen eine Reunion im Kreis mit etwa 300 Leuten. Gar kein Problem, die man ganz glauben, 300 Leuten in den Kreis setzen. Und dann werde ich jemand sagen, warum machen die das? Und dann sage ich immer, ja, muss man sie selber fragen, das weiß ich nicht. Aber was wir tatsächlich machen und das hat, wie es da schon angedeutet ist, sie machen es eben. Es ist ein soziales Phänomen, das so alt ist wie die Menschheit und so modern wie das Internet. Früher gab es vielleicht andere Zwänge, sozusagen Commoning, wie wir das nennen, zu betreiben. Da kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man in Mammut jagt, wird man Mühe haben, zu sagen, na alles meint sich erst das alleine auf, wenn es keine Kühlschrank gibt. Aber es gab dieses Phänomen des Gemeinschaffens, des Kooperierens, das miteinander teilen und so weiter. Nicht nur zu allen Zeiten, sondern auch in allen Kulturen. Und es wird höchste Zeit, dass wir dann wieder genauer hinschauen, wie das eigentlich geht. Wie das kommt, dass in Zeiten, wo wir von Markt und Staat mit 5G flächendeckend versorgt werden sollen, egal ob wir das brauchen heute nicht. Kann ja sein, wir brauchen uns gar nicht flächendeckend, sondern die Bedürfnisse sind viel spezifischer. Wie kommt es also, dass in so einer Welt wir in 450 Orten dieser Republik 48.200 Zusatzgänge haben? Und Leute stellen die jetzt, kümmern sich davon. Oder wie kommt es, dass Architektinnen und Architekten plötzlich anfangen zu sagen, können wir nicht Häuser bauen wie Wikipedia? Also Häuser so bauen, dass wir sie dann nicht im nächsten Immobilienkatalog verkaufen, sondern dass Leute, die quasi modulare Systeme potenziell selber bauen können und dann ihre Bedürfnisse anpassen. Ne, auf den vier Geschossern, sechs Geschossern machen. Aber so, dass das auch mitten in der Stadt geht. Das ist jetzt kein Scherz, sondern der Prototyp, der jetzt in Wien mitten in der Stadt aufgestellt wird. Und der besteht aus Stroh und Lehm. Und eine modulare Bauweise. Das Projekt heißt Vivi House. Und was sie da eigentlich, eigentlich machen, ist, sie versuchen einfach Architekten und Designer etwas in die Welt zu bringen, was sie direkt Ware denken. Sie entwerfen eine andere Art des Bauens und können dabei auf die Ware verzichten, weil sie den Commons herstellen wollen. Und gleichzeitig verändert sich alles. Die Ressourcennutzung, die Rolle des Architekten, der Prozess des Bauens und übrigens die Wohnqualität. Und nebenbei gesagt, gibt es bei diesem Haus das Projekt das Konzept des Abrisses gar nicht mehr. So ein Haus muss nie wieder abgerissen werden. Das ist ja modular. Das können Sie versetzen und so weiter und wieder auseinander. Wer ist Mitglied einer Solarvie? Super. Da gibt es nämlich auch gute Beispiele dafür, auf welche Kategorien wir dann verzichten können. Was soll das wollen? Ach, Entschuldigung. Eine solidarische Landwirtschaft. Ja, fragen Sie mich dann, wenn ich irgendwo untergehe. Eine solidarische Landwirtschaft ist ein Modell, wo die Produktion sozusagen vor der Produktion gemeinsam finanziert wird. Und wenn Sie das einmal machen, der Bauer oder die Bäuerin sagen, ich brauche das, um im nächsten Jahr zu produzieren, dann kommt sozusagen das Geld in den Topf. Ja. Und dann bekommen Sie Ihren Ernteanteil. Was heißt das? Das heißt, ökonomisch, der Ernteanteil, der kommt, also die Gurke oder die Kartoffel oder die Möhre, hat keinen Preis mehr. Wenn es viel Gurken gibt, kriegen es viele Gurken. Wenn es wenig Gurken gibt, kriegen Sie wenig Gurken. Und wenn Dürre ist wie letztes Jahr, kriegen Sie nichts. Sowas jedenfalls rot. Und der Witz ist tatsächlich sozusagen, dass auch da die Kategorie der Ware verschwindet und die Kategorie des Preises. Es nicht umsonst heißt es bei der Solar wie Beitrag und Ernte teilen. Das heißt, tragen Bein und teilen die Ernte. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller werden. Worauf ich hinaus will ist, wir haben sehr unterschiedliche Beispiele angeschaut. Auch in unterschiedlichen Ländern. Wir haben ein bisschen darauf geachtet, dass dieser Dauervorwurf, der immer kommt, sowas geht nur im Mittelalter und nur in kleinen Gemeinschaften. Wir haben ein bisschen darauf geachtet, dass wir das entkräften durch die Auswahl der Beispiele. Und zwar, weil eigentlich die These ist, was wir hier vorstellen, ist etwas, was wir alle kennen. Oder anders gesagt, wir sind schon angesprochen worden als Kommener. Und tatsächlich ist meine These, wenn Sie dieses Buch lesen, entdecken Sie den Kommener in sich. Weil das eigentlich zu Selbstverständlichkeiten sind, die sozusagen kulturanthropologisch konstant sind. Also, die Frage ist nicht, was sind Kommen's? Ich komme jetzt nicht mit einer Definition rüber, aber wir haben uns da einen zweiten Teil vorgenommen zu beschreiben, wie gelingt Kommening. Entschuldige mich zum 47. Mal davon, dass das ein englisches Verb ist. Es gibt alle möglichen Übersetzungsvorschläge, keiner davon hat mich wirklich überzeugt. Und dann sagte ich immer, naja, also in einer Gesellschaft, wo alle ein Smartphone in der Hand haben, eine Jeans anhaben und dann shoppen gehen, können Sie vielleicht auch irgendwann mal das Wort kommen. Und da haben wir von dieser Frau viel gelernt, die eben schon erwähnt worden ist, Elinor Ostrum. Elinor Ostrum hat 2009 als erste und bisher einste Frau den sogenannten Wirtschaftsmodellpreis erhalten. Und sie hat genau das erklärt. Sie hat sozusagen die Akteure in den Blick genommen, weltweit in 800, 900 Studien, Fallstudien aus aller Welt, von vielen Kolleginnen und Kollegen, Studierenden, zu Rate gezogen und gesagt, was machen die, warum klappt das? Warum sind Kommen's Institutionen teilweise so alt? Teilweise 600, 700, 800 Jahre alt. Und ich glaube, als sie angefangen hatte, in den 70er Jahren hatte sie wahrscheinlich die Idee, wenn wir gute Regeln finden, wenn wir verstehen, wie das geht, wie die das regeln, dann können wir die nutzen und können die quasi übertragen. Man hat dann natürlich sehr schnell verstanden, dass es so etwas wie über die Regeln nicht gibt, aber dass man das ein bisschen abstrakter fassen kann. Man kann sagen, alle Leute, die was zusammen machen wollen, haben das gleiche Problem. Oder die gleichen Probleme. Wie treffen wir Entscheidungen? Wie lösen wir Konflikte? Wie gehen wir mit Tritt-Tritt-Fahrern um? Wie werden wir uns unserer Grenzen bewusst? und so weiter. Darauf hat sie den Blick gerichtet. Das hat sie in Sprache gefasst und uns damit acht sogenannte Designprinzipien für gelingende Kommensinstitutionen hinterlassen. Ihr Beitrag zur sogenannten Institutionenökonomie. Und wer Ostungsarbeit kennt, wird das bei uns auch wiederfinden. Das hat uns inspiriert, aber wir haben uns auch gefragt, wenn wir andere Institutionen bauen, wenn wir anders miteinander entscheiden, dann verändert sich doch nicht nur der Trainingsprozess, sondern auch unsere Alltagskultur, der Umgang miteinander. Oder wenn wir unsere Alltagskultur bewusst ändern, dann heißt es doch auch, wir brauchen andere Institutionen, damit die gehalten und getragen und gefördert wird. Dann haben wir gesagt, wenn Elina Ostrum sowas gefunden hat, wie Gelingensprinzipien für Kommensinstitutionen, gibt es dann sowas auch im Miteinander, im sozialen Miteinander. Und schließlich, was ich die ganze Zeit erzählt habe, was machen die da eigentlich? Die Leute, die wir eben gesehen haben, die von Circus de Sola, die von Freifunk, die von den Solamis, die wirtschaften. Die stellen was her, die produzieren Dinge, die befriedigen Bedürfnisse. Die einfachste Definition für Wirtschaft ist, ja, Wirtschaft ist dafür da, Bedürfnisse zu befriedigen. Das vergisst man heute, weil heute ist ja die Wirtschaft oft dafür da, Bedürfnisse zu erzeugen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir jetzt niemals haben könnten. Aber, das ist wichtig, den Blick darauf zu lenken, dass das nicht nur eine institutionelle Frage ist und nicht nur eine Frage der Umgangsmiteinander, nicht nur eine Frage von, sind wir die Guten und führen wir die Solidarität wieder ein, sondern dass da auf andere Art und Weise gewirtschaftet wird. Auf substanziell andere Art und Weise gewirtschaftet wird. Also haben wir uns gefragt, finden wir auch so Grundideen, Grundideen des anderen Wirtschaften. Jenseits, man könnte auch sagen, jenseits von Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Und diese drei Bereiche zusammen, das nennen wir die Triade des Kommunikums. Alle drei Bereiche zusammen anzugucken und klar zu kriegen, wie das eigentlich geht, ohne zu sagen, wenn das hier so funktioniert, muss das da auch so funktionieren. Sondern immer klar zu haben, das ist auf den Kontext bezogen. Es geht darum, was Leute mitbringen, auch an Voraussetzungen. Es geht um die konkreten Bedürfnisse, die sich zu befriedigen sind. Und es geht auch nicht darum, wenn staatlicherseits was gut gemacht wird, das abzuschaffen. Aber wir wissen ja, dass das, was zum Beispiel in Deutschland staatlicherseits gut gemacht wird, nicht unbedingt in Mexiko staatlicherseits gut gemacht wird. Das heißt, Commoning bietet Lösungen, Tennis, potenziell für alle Menschen zu geben. Und das ist jetzt die einzige Folie, die Sie nicht werden hinzufügen können. Weil, wenn das nicht geht, ich zeige es einfach nur und erkläre kurz, was das ist und dann gehen wir weiter. So wie Elina Ostrom acht Designprinzipien für Commons-Institutionen herausgefilfert hat, haben wir insgesamt 28 Muster gelingenden Commons. Nicht entwickelt, das ist falsch, sondern gefunden. Muster, die sind ja schon da. Also das ist ja was, ob Leute tatsächlich tun. Und was fehlt, ist zu erkennen, dass das ein Muster ist, um denen eine Sprache zu geben. Probieren wir nachher einfach mal eins aus. Zum Beispiel, wie wäre es, wenn wir uns sozusagen von dieser Dichotomie, also von diesem, entweder alles muss total basisdemokratisch sein oder die Sachen sind hierarchisch strukturiert verabschieden und stattdessen auf Heterarchien bauen. Oder wie wäre es, wenn wir uns verabschieden von der Idee, wer nicht mit dem Mehrheitsprinzip einverstanden ist, der will Konsens, Konsens funktioniert sowieso nicht und stattdessen gemeinstimmig entscheiden. Und so auf diese Art und Weise haben wir, also das nicht erfunden, sondern geguckt, wie das Projekte, die schon lange existieren, tatsächlich machen, dann dieses Muster formuliert. Dazu muss ich jetzt noch diesen Herrn vorstellen, der uns mindestens so sehr inspiriert hat wie Elio Ostrom. Das ist Christopher Alexander. Kennt jemand, Christopher Alexander, kommt jemand aus dem Städtebau oder so, genau. Leute, die in der Plane sind, Programmierer, kennen ihn auch alle, weil alle Programmierer dieser Welt heute mit dem arbeiten, was er in die Welt gesetzt hat. Vor etwa 40 Jahren. Christopher Alexander war ein Mathematiker. Er ist zum Architekten geworden und zum Designer und eigentlich aber ein Philosoph. Und er hat gesagt, wenn das so ist, dass wir die Welt nicht in Kästchen denken können, wie können wir sie dann verstehen? Was ist die Natur der Ordnung? Und die Natur der Ordnung nennt er eigentlich, wie kann man den Mustern fassen? Sie können sich jetzt nicht vorstellen wie Tapetenmuster, aber wie sowas, wie sowas, fünf verschiedene Commons-Projekte treffen auf fünf verschiedene Art und Weise eine Entscheidung, aber im Kern geht es darum, dass sie alle gemeinstimmig entscheiden. Das heißt, ein Muster ist der Kern gelingender Lösungen, den Sie hundertmal anwenden können und jedes Mal ist es anders. Das ist der Kern das ist der Kern gelingende Lösung, den Sie hundertmal in die Praxis umsetzen können und das aber angepasst bleibt auch an den Kontext jedes Mal. Das ist auch ein Grund, warum Sie, was die anderen machen, nicht einfach kopieren können. Das ist dann aus dem Kontext reichen. Und so sind diese Muster entstanden. Wir haben uns ganz viele unterschiedliche gelingende Entscheidungsprozeduren angeguckt und dann, ah, das machen die. Die verzichten auf das Mehrheitsprinzip und die bestehen auch nicht unbedingt auf den Konsens und das Meto und so. Die tun da was anderes. Und dann war nur noch die Frage, wie nennen wir das? Das war dann ein sehr kreativer Prozess, vor allem, weil wir den im Englischen. So, hier die Wand gegen die Luft fallen auslassen, wie es bei Ihnen ist. Jetzt noch? Dann kommen wir jetzt zum dritten Teil. Da möchte ich Ihnen ein paar dieser Muster nahe bringen und damit auch sehr konkrete Beispiele, die wir uns angeschaut haben. Seit ich zum Beispiel dieses Projekt kenne, frage ich mich immer, warum nicht alle Genossenschaften dieser Welt so organisiert sind. Wenn ich wette, dann wäre, es gibt ja extrem viele Genossenschaften. Die gibt es auch schon extrem lange. Und es ist aber immer wieder eine Herausforderung, sozusagen in Genossenschaften tatsächlich diese Marktlogik auszunehmen. Park Slope Food Corp hat das auf eine ziemlich geniale Weise gelöst. Die größte Food Corp der USA, wenn ich recht informiert bin, sind 18.000 Mediziner, da werden also etwa 80.000 Leute versorgt und der besondere Charme daran ist, das passiert etwa drei Kilometer von der Wolf. Also man kann nicht sagen, komm, es geht nur unter dem afrikanischen Bau. Und was sie da machen ist, für Sorge, Leistung und Arbeit dem Markt entziehen. Das ist eines der sehr erfolgreichen Muster, die sie umsetzen. Und zwar machen sie das folgende Marken. Sie sagen, jeder, der bei uns mitglied wird, muss zwei Stunden, 45 Minuten im Monat arbeiten. Zwei Stunden, 45 Minuten im Monat arbeiten. Wie sind sie darauf gekommen? Es geht im Wesentlichen um Lebensmittelversorgung, hochwertige ökologische Lebensmittel aus dem Nahbereich. Die sie nicht unbedingt im nächsten Supermarkt finden. Und wenn sie die dort finden, sind die extrem teuer. Und zwar nur solche. Und dann haben sie quasi angefangen, einen Supermarkt aufzubauen und den Supermarkt im Markt entzogen, der also keinen Marktregel gehorcht. Ihre eigenen Lieferanten, ihre eigenen Preise zu definieren und ihre eigenen Formen, ihr eigenes Betriebssystem aufzubauen, indem sie alles selber machen. Sie gehen also da rein, sieht aus wie ein riesiger Supermarkt. Sie kriegen, wenn sie nicht wissen, was das ist, kriegen sie den Unterschied gar nicht mit. Aber wenn sie dann an der Kasse die Kassiererin fragen, was machen sie eigentlich so? Sagt sie, ich bin Psychiaterin. Oder der andere ist Lokomotivführer. Oder so. Das heißt, alle Tätigkeiten, die da ausgeführt werden, werden von den Mitgliedern selbst ausgeführt, durch ein sehr gut organisiertes, in Teams von etwa zehn Leuten, glaube ich, ausgeführt werden. Und was sie da aber machen, ist gar nicht so unbedingt, man nennt das ja Ehrenamt oder freiwillige Arbeit oder so Botnik oder so. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wenn sie Genussenschaftsmitglied sind, da können sie ja normalerweise Folgendes machen. Sie kaufen sich ein und dann kriegen sie ihren Anteil und dann dürfen sie mitstimmen. Und dann denken sie so, ich bin zum Beispiel Genossenschaftsmitglied bei der GLS Bank, wie wahrscheinlich einige von Ihnen auch. Und dann stelle ich so fest, einmal im Jahr kriege ich eine Einladung zur Versammlung, da soll ich dann mitstimmen. Und dann denke ich, oh Gott, das ist in Bochum. Das ist mir viel zu weit und viel zu teuer. Und dann gehe ich da nicht hin. Und der einzige Akt für mich, Genossenschaftsmitglied zu werden, war, ich habe Geld bezahlt. Und dann fragt man sich, was ist dann eigentlich so anders an dieser Transaktion? Geld gegen Eigentumsanteil. Was ist daran jetzt wirklich revolutionär? Was sie gemacht haben, die haben gesagt, Anteil, finanzieller Anteil ist prima. Aber nur, wer auch neben dem finanziellen Anteil diese zwei Stunden 45 Minuten beiträgt, der kann wirklich Mitglied der Genossenschaft sein. Und diese zwei Stunden 45 Minuten sind nicht handelbar. Da könnte ich sagen, ah, meine Cousine, die Kauf trinkt Geld, die Studentin, die soll die Jobs für mich übernehmen, ich zahle 20 Euro pro Stunde dafür. Das ist sozusagen per Statut ausgeschlossen. Und was da eigentlich passiert ist, einmal im Monat, zwei Stunden 45 Minuten, gehen sie in Beziehung zu den anderen Genossenschaftsmitgliedern, gehen sie in Beziehung zu ihrer Genossenschaft, vertiefen sie, sozusagen immer wieder, wie versuche ich hier eigentlich, was will ich hier eigentlich, warum bin ich dabei? Was da drin passiert ist, dass sie sich immer wieder auseinandersetzen mit dem Prozernprozess. Nehmen wir mal dann. Seko Se Sola, habe ich schon erzählt. Seko Se Sola ist ein Projekt in Venezuela im Bundesstaat Lara und das ist über 50 Jahre alt. und die haben angefangen mit dieser Feststellung, wir können unsere Angehörigen eigentlich nicht mehr wirklich bestatten zu Marktkonditionen. Und haben angefangen, das Beerdigen in die eigenen Hände zu nehmen. So einer dieser Slogans von Comments ist ja zu sagen, wir nehmen die Dinge in die eigene Hand, jenseits von Markt und Staat. Das kommt übrigens aus der Dissertation von Elinor Ostrum. Und dann hören die Leute sofort ohne Markt und Staat. Alles ganz autark und autonom. Oder sie hören Anarchie, alles schon da gewesen. Aber ich glaube, worum es eigentlich geht, ist so eine Art von struktureller Unabhängigkeit von Markt und Staat. Zu sagen, was passiert eigentlich, und das gilt natürlich gerade für viele Länder im sogenannten globalen Süden, wenn wir von Markt und Staat verlassen sind? Oder wenn wir nicht das Geld haben, am Markt zu partizipieren? Und was finden wir eigentlich sozusagen für Formen der, sagen wir mal, Altersversorgung, wenn wir unsere kleine Rente stützen können? Und finden wir dafür alternative Modelle? Und Seko Se Sola hat wie gesagt angefangen mit der Frage, wie kriegen wir unsere Angehörigen würdig, verehrtigt? Und haben sie weitergemacht, haben den gesamten lokalen Transport in dieser 1,3 Millionen Stadt übernommen. Damit haben sie größer Schiffbruch erlebt und sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und haben dann angefangen ein Versorgungsnetzwerk aufzubauen. Mit regional produzierten Lebensmitteln, die dann in der Stadt verteilt werden. Inzwischen haben sie selbstständig mit 3 Millionen Dollar ein Krankenhaus gebaut, inklusive OP-Saal und inklusive Geburtsstationen. Was gar nicht so banal ist in einer Kultur, wo inzwischen 95% Kaiserschnitte gemacht werden. Unter anderem mit dem Argument, also indem man die Angst von jungen Frauen bedient und gleichzeitig weiß, dass man mit einem Kaiserschnitt in einem Krankenhaus sehr viel mehr Geld verdienen kann, als mit einer normalen Entbindung. Also fangen sie jetzt an, diese Kultur des menschlichen Gebärens sozusagen wieder zu aktivieren. Und deswegen stelle ich dieses Projekt gerne vor, weil es so eine eigentliche Formelung von der Miege bis zur Bahne in Wort sind. Und sie sind halt auch schon sehr, sehr alt. Und das Muster, was ich an dieser Stelle vorstellen möchte, ist preissouverän Handel treiben. Jedes Kommen sozusagen muss ja irgendwie mit diesen Bedingungen, die wir haben, umgehen. Und die Frage, die entscheidende Frage ist eigentlich immer, wer entscheidet? Wer entscheidet über wen oder anders gesagt, wer kontrolliert? Wer kontrolliert welchen Prozess? Und wenn man sich nicht mehr einreden lässt, dass es da einen Markt gibt und ein Gesetz von Angebot und Nachfrage, das den Preis bestimmt, sondern versucht sozusagen die Handelsprozesse auch wieder in die eigenen Hände zu nehmen, dann kann man auch wieder über eine ganz andere Art und Weise zum Beispiel die Tomaten von den Bauern im Andenvorland auf den Markt in Bad Gisimito bringen. Was meine ich mit dieser ganz anderen Art und Weise? Also einerseits auf der Seite der Konsumentinnen in der Stadt, die gehen da hin, nehmen ihre Tüte, da kommen Kartoffeln rein, Ananas, Tomaten, Zwiebeln. Dann kommt es auf die Waage und dann hat alles den selben Preis. Weil es die Idee von Knappheit nicht gibt. Und weil man sich darauf verlässt, dass die Leute nicht alle dasselbe essen wollen, sondern eben Kartoffeln, Tomaten, Ananas und so weiter. Es gibt nur extrem wenig Steuerung bei der Entnahme. Und alles hat einen Einheitspreis. Und die Leute kaufen trotzdem Kartoffeln, obwohl sie eigentlich billiger sind. Und auf der Seite der Produzierenden sieht das folgendermaßen aus. Silke Sessola geht da hin und dann setzen die sich hin, essen erstmal Mittag natürlich, trinken erstmal Kaffee. Und dann fragen sie, genau wie die Solabis, was braucht ihr denn zum Produzieren? Und Bauern in Lateinamerika, die produzieren, ihre Ernte zum Markt tragen und dafür nehmen, was sie kriegen, werden nie gefragt, was braucht ihr eigentlich zum Produzieren. Und das Ding ist, wenn das gerade junge Bauern sind, da sind ja manche 14, 15 jährige Produzenten, die kriegen das auch nicht klar, die wissen nicht, was dazugehört. Als ich dort war, wurde mit einer Gemeinde diese Frage gestellt, was braucht ihr zum Produzieren, um die nächsten zwei Tonnen sozusagen nach Bagisimeter zu liefern. Und es gibt eine Feldbegehung dabei. Und dann stellen die Leute fest vor, das letzte Stück ist aber so steil. Und die haben gesagt, okay, wir brauchen Benzin, die Wasserleitung ist kaputt gegangen, wir brauchen Geld für sechs Monate Arbeit, blablabla. Aber wer bringt diese Tomaten, diese 800 Meter, diesen Steilhang unter? Unser Esel. Das hat ja auch das gut dafür den Esel berechnet. Und so kommt diese Rechnung zusammen und am Ende sozusagen wird noch ein Teil aufgeschlagen, weil es immer Verluste gibt, wenn man ganz viele Tomaten in die Stadt transportiert. und das ist eigentlich, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff, aber das ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass es keine Zwischenhändler mehr gibt. Und dass die Frage nach dem Preis transparent gestellt wird und nicht als gegebener Marktpreis betrachtet wird. Und jetzt stellen wir uns vor, und damit bin ich eigentlich am Ende. Wenn das so ist, dass es in allen Lebensbereichen interessante Commons-Projekte gibt. Und dass ein Commons kein Projekt ist, sondern eine Lebensweise. Eine Art zu ticken, eine Art zu handeln, eine Art Dinge anders zu machen. Und wir können dieses anders machen lernen, können uns inspirieren lassen. Wir können überlegen, dass wir, was weiß ich, aus einem journalistischen Projekt kein Clubhut machen, sondern einen Commons. Also nicht überall Bezahlschranken einziehen, sondern sagen, wie wir das bei einem Buch gemacht haben. Das Buch wird da drüben von der Buchhandlung verkauft. Das Buch wird von einem kommerziell arbeitenden Verlag gedruckt und weitervertrieben. So wie wir das kennen. Und gleichzeitig steht es im Internet. Und Sie können das mal reinschmökern. Sie können sich was anstreichen. Aber wenn Sie lieber lesen, so wie ich, dann kaufen Sie es wohl hin. Also lieber Papier, totes Holz lesen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir diese unterschiedlichen Praktiken miteinander verbinden. Und dass nichts anderes bedeutet, als unabhängiger zu werden und eine Daseinsmächtigkeit zu gewinnen. Und das ist nicht immer lustig und anstrengend. Und es ist vor allem deswegen so anstrengend. Und damit bin ich zurück beim Anfang. Weil es uns so schwer fällt, das überhaupt zu denken. Weil es uns so schwer fällt, aus dem, was wir gewohnt sind, wirklich auszubringen. Und zwar zuallererst im Kopf. Aber dann können wir uns sowas wie Commonsverbünde vorstellen. Und diese Commonsverbünde könnten durchaus auch vom Staat unterstützt werden. Also wenn ein Staat Infrastrukturen bereitstellt und für die Rechtspflege sorgt und sich beim Flughafenbau engagiert und alles Mögliche macht, dann könnte der doch auch sowas wie eine bedingungslose Grundausstattung für Commons bereitstellen. Wenn jede Solari erstmal grundsätzlich eine Investition in die wichtigsten Maschinen bekäme, wäre vielleicht der Staat für so manche Solari einfacher. Und damit höre ich jetzt einfach mal auf. Und hoffe, dass Sie zumindest einige Ihrer Fragen, die Sie mitgebracht haben, schon beantworten konnten. Und freue mich ansonsten auf die, die es gibt. Danke. Applaus Also für mich war so der Eindruck, wenn ich dieses Buch vergleiche mit den anderen, dass es zumindest vom Anfangsstil so einen sehr heroischen Anspruch hat. Es will nicht nur aufzeigen und helfen zu verstehen, was Commons sind und kommen oder was Commoning denn ist oder wie es gelingen kann, wie du sagst. Ja. Sondern es steuert hin von vielen kleinen Miteinander und Ideen fast eher zu so einer Zukunftsvision der Menschheit. Also es findet sich da auch so ein letzter Satz. Die Ökonomen in meinem Institut würden das wahrscheinlich als Art Kriegserklärung interpretieren, weil es so sehr an dem inneren Weltbild kratzt. Ja, der Homoeconomicus wird sich einen anderen Platz in der Geschichte suchen. Gut. Also ich habe das jetzt eine Woche mal versucht bei einer Institutssitzung und einfach mal gefragt, ob denn effiziente Ressourcennutzung wirklich das ist, was wir immer brauchen. Ich habe ein völliges Unverständnis her, was denn jetzt mit dir los sei, was ich denn plötzlich an dem Effizienzbegriff zu kritisieren hätte. Meine Frage ist jetzt aber eher, ist das so eine klare Forderung, die man da wirklich herauslesen kann, also normativ abgeleitet als eine bessere Form des sozialen Miteinanders? Oder wollen wir einfach so eine weitere Form der Governance, die im Sinne von mehr Pluralität, Verschiedenartigkeit einfach auch existieren kann, neben ganz vielen anderen auch? Oder wird es jetzt so als der Weg, wie bitte alle sein sollen? Wo ordnest du dich da ein? Sag ich erst noch was darauf? Ja, sagen Sie mal. Wenn man in Mustern denkt oder so denkt wie wir, dann ist die Idee, dass man sagt, so soll es sein, überhaupt nicht möglich. Also, es ist schon so, ich kann die Frage total gut verstehen, weil wir ja schon quasi im Titel den programmatischen Anspruch erheben. Ja, wir sagen frei, fair, lebendig. Und damit docken wir aber, wie ich finde, an das Beste in der politischen Ideengeschichte an. Also, wir sagen im Grunde, können wir nicht die Idee von Freiheit, also eine urliberale Idee und die Idee von Gerechtigkeit, eine ganz sozialistische Idee und die Idee von Lebendigkeit, eine ganz grüne Idee, das Leben um des Lebenswillens zu erhalten, Nachhaltigkeit nannte man das auch bisher. Können wir die nicht zusammendenken, statt gegeneinander auszuspielen? Und insofern kann ich schon auch gut verstehen, ja, da drin liegt ein programmatischer Anspruch, aber wenn wir das, was wir da aufschreiben, vielleicht aus dieser letzten Zeilen, die du da jetzt gerade zitiert hast, tatsächlich ableiten aus dem, was wir in der Praxis sehen, und sagen, wir sehen da erstmal etwas, was funktioniert und wollen beschreiben, wie es funktioniert und wie man sich daran inspirieren kann, dann heißt es gerade, wenn man mit dieser Methode vorgeht, nicht in den Kopf zu halten. Und es heißt auch nicht, würde ich sagen, dass kommen Sie und kommen Ihnen alle zu Leben lösen kann. Aber, also das ist die eine Hälfte der Antwort, aber die andere Hälfte der Antwort ist, wir können uns auch nicht, wie ich das am Anfang gezeigt habe, eine Welt vorstellen, in der der Staat das eine regelt, der mag das andere und die kommen wieder das dritte. Das sind keine drei von einander klar ab, keine Sachen, das wären. Jedes Kommensprojekt weiß das. Die wollen irgendwas Tolles machen und am Ende kommt dieses Geld und alles ist irgendwie schwierig. Oder es kommt nichts, es fehlt und alles ist irgendwie schwierig. Also das heißt, diese Logiken, diese Ludlungslogiken, die greifen ja ineinander, die durchstringen sich ja, die sind nicht sauber voneinander trennbar. Und deswegen kann man das dann nicht als drei nebeneinander existierende Sphären denken. Aber wenn man in Mustern denkt, von Gesellschaftsgestaltung, dann gibt es einen ganz spannenden Satz in der Musterforschung. Muster sind eine, da muss ich leider auf Englisch sagen, da sind ja descriptive, not prescriptive. Sie sind keine Handlungsvorschriften, sie sind eine Handlungsorientierung. Und deswegen kann ich auch relativ gelassen sagen, so, hier ist ein Angebot. Jetzt gucken wir, wie weit wir damit kommen. Da fehlt noch ganz viel und was uns nicht taugt, das schmeißen wir. Genau, was Sie da, was Sie jetzt gerade gemacht haben, ist quasi, also in der Art, wie wir das aufgebaut haben, ist zu sagen, oh, da ist ein Muster, das nennt sich gemeinstimmig entscheiden. Und jetzt muss man gucken, wie macht man das konkret? Running Code and Rough Consensus ist eins, ja? Systemisches Konsensieren ist ein anderes. Das Kalabern unterm Bau-Bub ist ein drittes. Also, man muss nicht nur diese Methode sozusagen jetzt wieder überall kopieren. Es gibt viele Wege, diese Art der Entscheidungsfindung umzusetzen und ich bin ganz bei Ihnen. Wenn sich eine Demokratie darauf verständigt, dass wir Politik als Wettbewerb denken, also Politik selbst als Wettbewerb, der parteipolitisch vermittelt wird und der damit einverstanden ist, dass Leute verlieren. Und dann verlieren sie nochmal die Wahlen. Dann verlieren sie sie nochmal und irgendwann sagen sie, ach, die da oben. Oder irgendwann gehen sie nicht mehr zu den Wahlen. Oder irgendwann, ja, ist es so wie jetzt. Ja? Dann hat das was mit den Entscheidungsprinzipien zu tun. Dann hat das was mit den Entscheidungsprinzipien zu tun, die dieser Demokratie zugrunde liegen. Deswegen würde ich auch sagen, dass das eines der Demokratie zielenden Projekte überhaupt. Und es ist fast zwangsläufig, dass durch die Entscheidungsprinzipien, mit denen unsere liberale Demokratie funktioniert, nicht so wie gerade die Struktur rauskommt. Das kann fast gar nicht anders sein. Und das ist ein Problem, mit dem wir uns befassen müssen. Und wir müssen dringend alle, ich verstehe eigentlich eigentlich, warum Politikerinnen, die kommen nicht, was ich entdecke. Das ist klar, das ist die Machterhaltung. Und mit kommen sie irgendwie keine Macht aus. Das ist eine ganz einfache Sache. Das ist im Bereich des Wirtschaftens und deshalb beitragen und weitergeben. Und darüber stehen zwei andere, die auch was mit Teilen zu tun haben. Und wir haben lange das einmal rumgemacht, weil in der Kommenszene ist dieses Sharing, Sharing, Sharing sehr beliebt. Ja, alle sollen teilen, alle wollen teilen und so weiter. Und guckt man sich das an und da wird überhaupt nicht geteilt. Und so. Und das ist das eine, also zum Beispiel bei Facebook. Da wird nicht wirklich das Einkommen geteilt oder so. Oder auch nicht die Entscheidungsgewalt, wie wir alle wissen. So, das war der erste Grund, warum wir dieses Wort ein bisschen genauer angeguckt haben. Und der zweite Grund war, es ist halt ein Unterschied auf die Wasserteilen oder Wissenteilen. Dieses bei Wasser wird es weniger, wenn wir es teilen, bei Wissen wird es mehr, wenn wir es teilen. Und dann haben wir gesagt, es ist doch doof, wenn wir dafür das gleiche Verb benutzen. Das ist übrigens eine Anregung unter Wirtschaftspsychologie von Tomancello, der in Leipzig lehrt. Eigentlich ist es doch doof und weil das doof ist, dafür das gleiche Verb zu benutzen, ist es überhaupt erst möglich, dass Facebook so tut, als wird da ständig alles geteilt. Also da wird uns sozusagen der Ball das Hirn zugekleistert. Und deswegen haben wir zunächst mal gesagt, also in der Wirtschaft, wenn so Wasser und Land und sowas geht, muss aufgeteilt oder umgelegt werden. Aber wenn so ein Wissen, Code und Design geht, muss weitergegeben werden. Punkt. Eine Commoning-Attitüde im Umgang mit Wissen, Code und Design ist weitergegeben. Das klingt total banal. Und bedeutet keine Software-Patente, keine intellektuellen Eigentumsrechte, Freilegen von den realen Wertschöpfungsketten. Ich habe gerade gestern früh ein Interview mit, wie heißt der VW-Konzernchef, Dies oder so gehört? Dies. Dies, genau. Dies, da steht da und sagt, wir machen jetzt die neue E-Mobilitätsinitiative und es ist doch allen klar dazu zu sagen, Software zu 95% der Wertschöpfung in der Automobilproduktion ist Wissen und Software. Und Software ist total einfach skalierbar. Und da hat er einen Punkt. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir sagen würden, okay, die Software, die wir machen in der E-Mobilität, die wird geteilt. Und undenkbar für jemanden, der im Wettbewerbsmodus sagt, aber wir müssen doch unsere Software gegen die von General Motors und gegen die und so weiter und so weiter verteidigen. Und insofern ist es ein total radikaler Vorschlag, weil es mit dieser Wettbewerbslogik spricht und bedeuten würde, dass die Wissensproduktion, die einen enorm hohen Anteil in der Wertschöpfung auch von materiellen Sachen hat, die Dinge radikal verbilligen würde. Und dass es überhaupt nicht nötig ist, sozusagen darum miteinander zu konkurrieren. Und ich weiß nicht, wenn man das zu Ende denkt, was das bedeutet. Aber ich setze darauf, dass es viele so machen werden, wie Richard Matthews Dolman, der die Freie Softwarebewegung mitgegründet hat und gesagt hat, wir müssen nicht dieses andere bekämpfen. Wir können das eigene bauen. Und unser Angebot ist zu sagen, wenn wir verstehen, warum diese Muster so wichtig ist, ist es einfacher, das eigene zu bauen. Das ist sozusagen eher ein bescheidener Beitrag dazu. Also es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert, Kapitel 1 und 2 zu lesen und dann kann man zu 4, 5, 6 übergehen, weil der Grund, warum er es als Glosare geschrieben hat. Das Sprachkapitel ist Kapitel 3, da findet man drei Glosare. Also es gibt eine kleine Einleitung, warum Sprachen so wichtig ist, das brauchen Sie jetzt nicht mehr lesen, weil das habe ich Ihnen alles schon erzählt. Und dann gibt es drei Glosare. Und das eine ist die Begriffe einer verklingenden Ära. Da ist dann auch sowas drin wie Partizipation. Da können Sie jetzt mal nachgucken, warum wir das nicht so toll finden. Das andere ist kommensfreundliche Begriffe, die sind gerade aus der englischen Übersetzung heraus manchmal echt noch nicht so richtig elegant. Da freue ich mich immer über Verbesserungsvorschläge. Und das dritte ist diese alten Dichotomien. Wir erleben ja jetzt gerade, dass Mann-Frau als Dichotome-Beschreibung von Geschlechtlichkeit nicht hält. Und so geht es ja mit vielen Begriffen. Und das heißt, da sind da drei Glosare und die kann man nutzen, die Glosare. Immer wenn man denkt, was ist denn das für ein komisches Wort in Kapitel 6, dann kann man das machen. Und ich kann jetzt nur auf die Frage Huhn oder Ei eigentlich nur unseren Prozess beschreiben. Wir wollten das nie machen. Also es war eine Höllenquälerei. Wir haben 15, 16 Konzepte geschrieben und dann haben die alle in die Tonne geklopft. Weil wir zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dass wir nicht die Sprache haben, mit denen wir ausdrücken wollen, was wir ausdrücken wollen. Und dann erst haben wir gesagt, warum haben wir jetzt nicht die Sprache? Und dann sind wir auf dieses Weltsicht hingekommen. Das heißt, wir haben tatsächlich erst Kapitel 1 geschrieben. Und das ist so eine Einladung. Da stellen wir Projekte vor. Das ist ganz schick. Das liest sich dann schnell dazu. Das ist ganz easy going. Und dann 4, 5. Und dann gesagt, wir müssen das jetzt machen, weil wir selber uns sonst nicht ausdrücken können. Also wir uns am eigenen Prozess beim erstes handeln, dass wir die andere Sprache erfordern. Und natürlich ist das irgendwie Glauben. Durch einander. Ich habe für Sie eigentlich nur eine Bitte. Ich werde ständig gefragt, deswegen war das auch die letzte Folie, was soll jetzt der Staat tun? Und die Journalisten, die machen das so, die sagen, sagen Sie mal schnell, 1, 2, 3. Und dann stehe ich da und sage, solche Plattitüden, wie könnte der Staat eine bedingungslose Grundausstattung für Kommen zur Verfügung stellen? Könnte der Flächen frei halten oder so? Aber schreiben Sie mir eine E-Mail aus Ihrer konkreten gelebten Erfahrung. Was brauchen Sie für stadtliche Unterstützung, insbesondere auf kommunaler Ebene? Was wäre einfach umzusetzen? Was kann man fordern? Und da... Und dann... Genau. Aber wie macht man das konkret? Ich kann nicht... Wir gucken nicht in jeden einzelnen Politikbereich, sondern meine Antwort heute allgemeiner Art ist tatsächlich, dass es jetzt dann auch schon eine Antwort auf Ihre Frage ist, also meine Erfahrung ist, dass was ich mit der Kommensbrille erzählt habe, wenn man lernt zu denken wie ein Kommender, sieht man plötzlich Möglichkeiten, die man vorher einfach nicht gesehen hat. Das heißt, wenn die Bank dann sagt, was wollen Sie, Sie wollen keinen Profit machen, dann ist es ein Verständnis, die verstehen nicht, was Sie da tun. Geld ist kein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Banken ist kein Problem. In Ihrem Fall. Imusieren ist das Problem. Ja, in Ihrem Fall. In Ihrem Fall. Aber in anderen Fällen ist das anders. Deswegen kann ich darauf immer nur allgemeine Antworten geben, wie ich das hier gerade hatte. Und ich bin für sehr konkrete Anregungen, was soll die Stadthalle tun, um dieses Problem zu lösen. Und das ist so eine Antwort. Eine andere Antwort ist, ich kenne, also ich würde das anzweifeln, dass Sie sagen, dass wir sich in der Landwirtschaft oder so gewiss niedrige Zugang führen. Also die Erfahrung, die ich auch habe mit solidarischer Landwirtschaft bei uns in Baden-Württemberg, wo jeder seine Scholle und sein Häusel hat und wo das Glyphosat omnipräsent ist und so und keine Blume mehr wächst. Und dann in einem größeren Einzugsbereich, wo die Leute 20 Kilo, 30 Kilometer fahren müssen, um ihr Solani Gemüse abzuholen. Das ist alles andere als einfach. Das Angebot, das wir machen, das habe ich vorhin auch hier bei der Meldung gehört, wir kennen ganz wenige Kulturtechniken und Praktiken, die Commoning einfacher machen. Also wir müssen sozusagen lernen, so zu denken, aber auch ganz viele praktische Beispiele, Entscheidungsverfahren, Kommunikationsprozesse, Hostingprozesse, alles mögliche lernen. Und das dauert halt einfach lang. Aber es ist wichtig, da drin zu zeigen, dass auch Projekte mit sehr hohen Investitionserfordernissen als kommendes gedacht werden können. Wir haben ein Buch, das nennt sich DNDI, ich weiß nicht wer das kennt, das ist Medikamentenproduktion. Ich würde heute sagen, es gibt keinen Bereich mehr, keinen Lebensbereich, wo wir nicht grundsätzlich andere Ansätze schon sehen als erfolgreich praktiziert. Medikamentenproduktion. Also da, wo Sie kein zahlungskräftiges Publikum haben, zum Beispiel irgendwo in Rwanda oder so, und die Leute leiden dort an Malaria, da haben Sie keine Medikamente auf dem Markt. Oder Medikamente, die 50 Jahre alt sind, die die Mückenresistent sind. Das nennt man Marktversagen. Also da, wo es Marktversagen gibt, weil es ein zahlungskräftiges Publikum gibt, da haben Sie keine Grundversorgung mit ganz lebenswichtigen Medikamenten. Dieses Projekt DNDI hat genau diesen Ansatz gefahren, zu sagen, wir müssen Wissen weitergehen. Das darf es sein, dass Wissen über lebenswichtige Medikamente sozusagen weggeschlossen wird. Das muss geteilt werden. Und haben in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation und mit Sanofi, die in der Medikamentenentwicklung dann waren, Medikamente hergestellt, die 1 Dollar pro Behandlung kosten. Im Vergleich zu 200, 300 oder 1.300. Also, das Thema mit den Investitionshürden, auch das, wir hören ja immer, Geld ist genug da. Geld wird ja auch in Immobilien gesteckt, Geld wird in Infrastrukturen gesteckt. Es wird Geld in diese Art Infrastrukturen anders zu gestalten gesteckt werden. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, das ist eine Frage des Denkens. Die Frage nach der Skalierung ist übrigens auch eine, wo ich eine Weile gebraucht habe, bis ich erst mal sagen konnte, ist das eigentlich die richtige Frage? Oder ist es schon gedacht in einem sozusagen von oben nach unten System? Also als könne man, als müssen man die Dinge sozusagen vom Kleinen zum Großen machen. Und wenn Sie das sozusagen so denken, dann denken Sie ja tendenziell quasi hierarchisch. Das hat übrigens was mit der Heterarchie-Frage zu tun. Oder müssen wir, können wir, und so haben wir es jetzt angelegt, ja, können wir nicht sagen, wenn es im Wesentlichen eine Art des Denkens ist und gegen den Kommunitarismus ist da nichts einzuwenden, weil sich alles, egal auf welcher Ebene sozusagen, aus den lokalen Zellen, aus den lokalen Bestandteilen konstituiert ist, wenn Sie in Skalen denken, in Maßstabsebenen. Und unser Ansatz ist irgendwie zu sagen, das war in diesem letzten Bild der Kommensverbünde, das haben Sie vielleicht gesehen, also zu sagen, können wir denn irgendetwas denken, wo sich diese unterschiedlichen Ansätze sozusagen auseinander und durcheinander nähren und quasi so wie Kristalle in die Breite wachsen. Und wenn wir das auf der Governance-Ebene verbinden mit dem Konzept der Heterarchie, dann heißt es nämlich genau das. Es gibt ganz viele Peer-Governance. Peer-Governance, also die Teams bei Börzo, Back in Börzo, diese große Pflegeorganisation in den Niederlanden, die machen das zum Beispiel so, ja. Die haben die gesamte Pflege, Hausbesuche und so weiter in den Niederlanden. Wird im Grunde von diesen sauchen Unternehmen, das wird regiert durch einen Blog, da gibt es so Ideen, die werden lanciert und dann wird es in Teams von 10 Leuten immer besprochen und in diesen Teams von 10 Leuten gibt es ganz viel Selbstbestimmung. Das heißt, Heterarchie bedeutet, wir haben eine ganz flache Hierarchie-Ebene, aber verzichten nicht auf Hierarchie, weil es eine Notwendigkeit übergeordneter Koordinationen gibt, verbinden das aber sozusagen mit starken, verteilten Netzwerken der Selbstorganisation. In Teams von 10, wie das Börzo zum Beispiel machen. Und das funktioniert dort auf nationalstaatlicher Ebene und wird gerade sozusagen exportiert nach Deutschland. Das heißt, es ist eher diese Idee des in die Breite wachsens und sich auseinander nährens und einer Steuerungsebene, die zwar drüber liegt, aber dann zum Beispiel nach Modellen der Soziokratie oder so Rückkopplungen in beide Richtungen hat. Da ist weiter zu denken, da ist ganz, ganz, ganz viel weiter zu denken. Aber wenn man zum Beispiel guckt, wie die Leute Holochain entwickelt haben, ja, da gibt es keine, da gibt es keine Grenzen, also es gibt da keine Grenzen der Koordination bei diesen Digital Ledger Technology. Habe ich das verantwortet? Die Kombination von Peer-to-Peer mit Flacher Hierarchie. Hetero, also verschiedene Selbstorganisationsprozesse kombiniert mit Flacher Hierarchie. Wir haben ein Muster dafür gefunden, also was ich, wir haben es so benannt, wie ich es jetzt vielleicht zeigen werde. Hier kommt wieder die Coca-Cola. Genau. Es ist auch ein leichtes Wirtschaften und es heißt, Gegenseitigkeit berufsam ausführen. Es ist ja auch, wenn Ostkomm das so beschreibt, es muss irgendwie ein gutes Verhältnis zwischen Leben und Nehmen geben, also zwischen Aneignung und Beitrag, heißt es nicht, dass es Äquivalententausch sein muss. Äquivalententausch ist ja das Marktprinzip, sondern das heißt, auch wenn ich dir noch was schuldig bin, ich weiß, wir sind nicht aus der Beziehung raus und vielleicht in zwei Jahren, wenn du wieder Geld hast, kommt was zurück oder so. Ich komme ja aus dem Dorf, haben wir ja gesehen, ich komme aus dem Dorf und da gibt es dann so ganz, also Rituale, die sich quasi über die Jahre hinwegziehen. Als ich Jugendweihe hatte, da kommen irgendwie alle und bringen Kuchen. Und wenn jemand anders, drei Jahre später Jugendweihe hat, geht meine Mutter dahin und bringt dort hinkuchen, solche Dinge. Und wir haben das genannt, Gegenseitigkeit so gutsam ausüben, um sozusagen zu sagen, ja, Reziprozität ist auch so eine kulturatropologische Konstante. Es ist schwierig, darauf so völlig zu verzichten und zu sagen, ich sage ja immer, die Kommen sind kein Schlagassenland, wo sich jeder nach dem Dünken bedienen kann. Aber wenn man aussteigen will aus dieser Berechnungslogik, was eigentlich schon Luther gemacht hat, ja, der hat auch nicht gesagt, du gottest dir nur gnädig, ja, wenn du A, B, C, D, E und Ablasshandel machst. Aber er hat gesagt, nee, da steht ja auch was zu, einfach weil du ein Mensch bist, nennt man Gottesknappentum, und so ranzugehen und zu sagen, so, ich habe da erstmal ein Recht auf Beteiligung an etwas, so, und dann, in dem Maße, wie ich meine Fähigkeiten entwickle, tatsächlich dazu weiß, das ist auch der Grund, warum wir Kinder erstmal nichts abverlangen, sondern sie erstmal bedingungslos pflegen. Also, das ist unsere Ferien, es geht viel Gegenseitigkeit und wie beim Ausüben mit dem Hinweis darauf, dass das Reziprozett nicht notwendig ist, und trotzdem ist es nicht nötig, dass wir alles, alles, alles in unserer Sozialbeziehung, kann man nicht aufrechnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.